Willkommen zurück zu Breath Frontier. Jetzt scheint es anscheinend wieder zu gehen. Das Spiel ist die ganze Zeit abgestürzt mit unerwarteten Fehlern und allem möglichen Kram. Ich habe davor schon mal Summons gemacht und zwar hier Fische, Mahalo, Quiet Libera, zweimal Löwe, einmal Reiss, einmal Schütze und einmal Nador. Und ja, wir machen jetzt mit dem 10. Summon weiter. Außer das Spiel macht wieder rum, aber das hoffe ich doch nicht. Uns fehlen schließlich noch die 3 Neuen. Und mein kleiner Account, der hat bereits 2 von den Neuen. Ich bin wesentlich weniger Summons, ich glaube 5 Summons oder so. Eine Typverbesserung für Zwillinge. Und nochmal ein Skorpion, ebenfalls Typverbesserung. Aber ich glaube, ich habe meinen schon voll geimpft. Also, super und das haben wir uns natürlich auch noch. Da kommen wir allerdings dann in einem extra Video dazu. Noch eine Mahalo. Hallo. Ein Kira. Ah, Krebs. Da haben wir noch einen in den Neuen schon mal. Und auch im 20. Summon oder so. Also, ja gut, für 50% Rate, muss man erwarten. Außerdem kann es ja nicht immer gut gehen. Ah, mein kleiner Account hat Ultralack. Erstes Summon Jungfrau, zweites Summon Krebs. Beide Anima. Naja. Gucken, hier fehlen uns ja jetzt noch Jungfrau und Stier. Oh, Anima. Nicht, dass ich jetzt noch mal. eine siebte Waage bräuchte. Und noch ein Crate. Nochmal Orakel. Ein Griff. Ein Griff. Ein Orakel Griff. Also, ein Orakel zum Festhalten oder so. Und eine Fieber. Und mein kleiner Account hat noch eine Jungfrau gezogen. Super. Naja, eigentlich nicht, aber... Also, das ist wieder mit zwei Jungfrauen. Noch ein Griff. WTF. Noch ein Kira. Ich mein Dubs schön und gut, aber so oft hintereinander ein und dieselben Einheiten. Wie klein ist denn bitte der Pool? hoch. Und noch nicht einfach. Wie klein ist es? Also, das ist auch ein Artikel. Lass mich schlafen. Oder... Dann haben wir die müssen... Ja... ... und den Film. Oder der Pool? Oder der Pool? Oder der Pool? hier sehen wir schon über 100 aus jahren und zwei tickets glaube ich keine ahnung könnte man zwischenstand machen wie viele summons das denn jetzt sind also an lucky ist schon gar keine bezeichnung mehr dafür und ich meine immerhin war krebs jetzt mittlerweile dabei aber auch erst nach und zwanzigsten oder so 10 14 15 gut okay dann doch nicht ganz so krass 15 20 24 summons bisher und zwillinge einmal ist schon uninteressant so oft wie ich die jetzt habe langweiliger charis ja noch mal wieder dubitec vom fach ja nochmal wieder dubitec vom fach ja gut wenn der rote auftaucht da weiß man schon da kommt noch scheiße raus medina beweist es gerade ja mein kleiner account hat stier bekommen der hat dann jetzt alle drei also gar nicht mehr das ja 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 ich ja Untertitelung des ZDF, 2020 Noch eine Bestie, das ist gar nicht mal so übel fürs Arena Team Boop, 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 Boop Nicht schon wieder. Oh, Orakel. Also ein Heinrich mit größeren Schilden. Obwohl in Einsamen gibt es sowieso noch ein Ticket. Krebs haben wir glaube ich schon vorhin gehabt. Orakel. Und der Kreuz. Und dann holen wir mal kurz das Summon Ticket. Beziehungsweise zwei Summon Tickets. Ja und zur Abwechslung mal hier ein bisschen Honor Summons. Ich wollte gerade sagen warum geht denn die auf, aber ja. Oh, das verspricht ja ziemlich geiles Super Honor Summon. Damn, aber das kommt im nächsten Video. Gut, mach mal hier weiter. Oh, jetzt fängt die Scheiße wieder an. Willst du mich jetzt völlig verarschen oder was? Dein Ernst? Ach komm schon, Mann. Ich habe wirklich keine Lust noch ein drittes Video aufzunehmen. Das. Oh, das ist irre. Ohhh. Das ist derecho. Secretary. Ich habe wirklich keine Lust auch an. Ich habe wirklich keine Lust sind. Aber ich habe viele Leute наход器. Gut, sind wir wieder drin. Weiter geht's quasi. Oh, schon wieder Krebs, echt jetzt. Da kriegst du doch Krebs. Oh, der ist schlecht, der Wortwitz. Kack da Löwe. Nicht noch mehr davon. Wenn zumindest alle die extra Hits hätten, ohne dass sie Sphäre brauchen. Kein Thema. Würde ich nicht mehr in der Armee davon nehmen. Noch ein Libera. Ist also 50% Zodiac und 50% 5 Einheiten, oder? Keine Ahnung. Kommen immer nur die gleichen. Kommen immer noch. Ah, so viele Merit Points. Ach, komm schon. Frage Nummer 19 oder sowas. Also selbst wenn man nur in dieser Woche sammelt, selbst dann heißt es noch längst nicht, dass man bekommt, was man haben will. Also natürlich, da sind genug Gems da, dann kann man es einfach wegspam. Oh, direkt schwarz. Ah, Stier, endlich. Anima direkt. Wunderbärchen. Stier kann man dann auch direkt, achso ne, fehlt ja noch Jungfrau. Ja, den Stier kann man dann auf jeden Fall direkt noch in der SHS aufbauen. Oh, da haben wir uns noch die Jungfrau. Mal gucken, ob wir sie noch bekommen. Gut, das wird wieder nur scheiße. Obwohl, noch ne Bestie. Warum nicht? Kann ich denn jetzt Löwe, drei Besties und Zwillinge machen? Oh, das funktioniert. Allerdings die ganzen sinnlosen Kiras hier. Ich mein, ich kann einen schon nicht leiden. Was soll ich dann mit fünf? Und Heinrich. Noch ein Stier. Und nochmal Anima. Vivian. Wenn ich sie noch nicht hätte, wäre das sogar interessant. Und dann, wenn ich sie noch nicht leiden würde, wäre das so interessant. Und dann, wenn ich sie noch nicht leiden würde, wäre das so interessant. Ja, da hätten wir zumindest dann jetzt die Jungfrau auch noch. Wurde auch verfickt nochmal Zeit. 50% Sammons sind echt absolut zum Kotzen, wenn du irgendwas direkt haben willst. Ja, da wären wir jetzt, um alle drei zu bekommen, haben wir hier 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 50. Alter. 52 Sammons, um alle drei zu bekommen. Oh ja, gut. Kann halt nicht immer Glück haben. Dann macht's auf jeden Fall gut. Und ich hoffe, ihr habt wesentlich mehr Glück als das hier. Macht's gut.